Liebe Fuzzis und Fuzzinnen, heute haben wir ein sensationelles Thema für euch. Und zwar die systematische Nazi-Unterwanderung in deutschen Kindergärten. Es ist mir gelungen, durch erotischen Ausdruckstanz eine blutjunge und bildschöne Kindergärtnerin gefügig zu machen und ihr eine streng geheime Studie zu entlocken. Stopp mal, Brendel. Wie war es jetzt wirklich und von welcher Studie sprichst du? Es war genau so. Willst du etwa an den Worten deines Herrn und Gebieters zweifeln? How dare you? Pass mal auf, Brendel. Entweder du hörst jetzt auf mit dem Scheiß oder du bekommst in der nächsten Sendung deinen alten Wackeltisch zurück. Das mit der blutjungen Kindergärtnerin war vielleicht ein bisschen geschwindelt. Gab es überhaupt eine Dame in dieser Geschichte? Eigentlich nicht. Ist die Studie wenigstens neu und echt? Eigentlich nicht. Okay, Brendel, was ist das denn jetzt für eine Studie? Lieb, dass du fragst, mein Schatz. Es handelt sich um die Studie Ene Mene Mu und Raus bist du. Vor ein paar Jahren herausgegeben von der Amadeo Antonio Stiftung. Und liebe Fuzzis, diese Studie finde ich in einer Art und Weise problematisch, dass ich es kaum beschreiben kann. Und genau deswegen muss ich sie mit euch teilen. Denn geteiltes Leid ist halbes Leid. Aber der Reihe nach. Die Studie Ene Mene Mu und Raus bist du soll ein Ratgeber für Kindergärtnerinnen sein? Und Kindergärtner. Was prabbelst du? Es gibt auch männliche Kindergärtner. Ja, genau. Ihr liebe Fuzzis, wenn die es sagen. Mensch, Brendel, was kümmert mich irgendeine Studie? Im Internet und auf Telegram schwirrt so viel Scheiß herum. Wen kümmert das noch? Nur hier verhält es sich ein bisschen anders. Denn diese Studie wurde vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert. Was nichts anderes bedeutet, lieber Fuzzi, dass du und ich sie bezahlt haben. Deswegen möchte ich, dass du im Detail weißt, mein lieber Fuzzi, was da drin steht. Beziehungsweise für welchen unfassbaren Rotz unsere Regierung dein Geld ausgibt. Darf ich mal was fragen? Äh, nein. Doch. Wie hießen das zuständige Ministerium nochmal? Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Fehlt da nicht eine Gruppe? Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Was sollte da fehlen? Egal. Dann ist ja gut. Dann gehen wir diese Horrorstudie mal durch. Das Vorwort stammt von Franziska Givell, der Bürgermeisterin von Berlin. Aber den Namen müsst ihr euch nicht mehr merken, weil die wird nächste Woche zu Recht abgewählt. Sie lobt diese idiotische Studie in den höchsten Tönen und schreibt dann unter anderem. Die Kinder von heute werden morgen unsere demokratische Gesellschaft tragen. Sie spricht mit einer sehr ältlichen Stimme. Deshalb ist es wichtig, die frühkindliche Bildung demokratisch zu gestalten und an Kinderrechten zu orientieren. Man kann nicht zu früh damit anfangen. Man kann nicht zu früh damit anfangen? Ist das so, Frau Givell? Könnten wir zumindest unseren kleinsten Kindern nicht einfach mal Kinder sein lassen? Ich meine nicht nur, dass wir sie jetzt schon frühestmöglichst in ihren Geschlechterrollen verwirren. Jetzt muss tatsächlich auch schon im Kindergarten die demokratische Ausbildung beginnen. In meiner Kindergartenzeit hat mir der dicke Walther aufs Maul gehauen und da ich relativ schnell gewachsen bin, habe ich mich später gerecht und seine Überreste im Sandkasten verbuddelt. Das nenne ich eine gelungene Kindergartenzeit. Und kritisieren wir nicht massiv totalitäre Länder, die ihre Kinder frühestmöglichst verheizen. Passt das nicht eher zu Nordkorea und Co? Politik schon in den Kindergarten zu tragen? Aber nun kommen wir zum absoluten Höhepunkt dieser kleinen, aber feinen Studie. Die Amadeo-Antonio-Stiftung erklärt den lieben Kindergärtnerinnen und Kindergärtnern anhand von Fallbeispielen, auf welche schrecklichen Fälle sie zu achten und wie sie darauf zu reagieren haben. Kommen wir zum Fallbeispiel Römisch 1.3. Kinder aus völkischen Elternhäusern. Ich wusste gar nicht, dass wir das Wort völkisch wieder benutzen, aber nun gut, die tolle Stiftung wird es wohl besser wissen. Also Kinder aus völkischen Elternhäusern. In einer Kita fallen zwei Geschwister auf, die besonders zurückhaltend sind und wenig von zu Hause erzählen. So verhalten sie sich im Morgenkreis zum Wochenbeginn schweigsam und passiv. Gleichzeitig gibt es keine sogenannten Disziplinprobleme. Diese Kinder scheinen besonders gut zu spuren. Außerdem sind traditionelle Geschlechterrollen in den Erziehungsstilen erkennbar. Das Mädchen trägt Kleider und Zöpfe. Es wird zu Hause zu Haus und Handarbeiten angeleitet. Der Junge wird stark körperlich gefordert und getritt. Beide kommen häufig am Morgen in die Einrichtung, nachdem sie bereits einen 1,5 Kilometerlauf absolviert haben. Also fassen wir das kurz zusammen. Ein Mädchen trägt Zöpfe und Kleider und ihr Bruder wird körperlich stark gefordert. Abgesehen davon, dass ich denke, dass sie dieses Beispiel frei erfunden haben, frage ich mich, woher sie wissen wollen, dass der Junge körperlich stark gefordert wird, wenn er doch so introvertiert und schweigsam ist. Sieht er aus wie Arnold Schwarzenegger, wirft er wie Obelix Römer durch die Luft. Was soll dieser unfassbare Käse? Und ein 1,5 Kilometer Lauf. Also da war mein Weg zum Kindergarten deutlich länger. Nach dieser Definition bin ich quasi in einem Nazi-Kindergarten groß geworden. Und der dicke Walter und ich müssten heute eigentlich an der Spitze der NPD stehen. Was soll dieser unfassbare Blödsinn? Welche Ideologie und was für ein Geschwurbel wird da in Kindergärten hineingetragen? Eine Nazi-Familie, weil Mädchen Zöpfe haben und 1,5 Kilometer laufen können? Aber es wird noch besser. Plötzlich geht es um Kindeswohlgefährdung. Im Kontext der pädagogischen Arbeit mit Kindern, die in rechtsextrem organisierten Familien aufwachsen geht es auch um die Diskussion einer möglichen Kindeswohlgefährdung. Und so kommen wir von Zöpfen mal ganz schnell zum Jugendamt. Wie wohlstandsverwahrnost kann man sein, dass man sich einen solchen Unsinn ausdenkt? Die ganze Studie liest sich, als würden überall durch Deutschland uniformierte Nazi-Horden marodieren, die den Staat gewaltsam übernehmen wollen. Dabei sind die rechtsextremen Straftaten von 2020 auf 2021 um fast sieben Prozent zurückgegangen. Außerdem gab es 2021 auch über 10.000 linksextreme Straftaten. Davon jetzt ja auch nicht komplett vernachlässigen. Und wer weiß, wie das nach Lützerath und einem Jahr voller Klimakleber aussieht. Eben, 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 eben. So, aber der haarsträubende Unsinn in dieser Studie geht noch weiter. Kommen wir zum nächsten Fallbeispiel. In der Elternvertretung engagiert sich eine Mutter, die mit ihrer Familie vor eineinhalb Jahren in den Ort gezogen ist. Sie hat sich dafür eingesetzt, dass der Spielplatz im Ort von den Eltern in einer Gemeinschaftsaktion repariert und wiederhergestellt wird. Sie hat mittlerweile viele Freundinnen im Ort. Auf der Elternversammlung wirft sie die Frage auf, ob die Gruppenräume nicht mal gemadert und in diesem Zusammenhang neue Bilder aufgehängt werden sollen. Denn sollten. Sie würde gerne Fotos aufhängen, auf denen unsere Kinder zu sehen seien. Solche Kinder, wie auf den jetzigen Bildern zu sehen sind, haben wir hier doch eh nicht, sagt sie. Viele Eltern finden das nachvollziehbar. So weit, so gut. Aber laut der Studie aus der Hölle geht das gar nicht. Denn diese Fallbeschreibung zeigt, wie auf subtile Art und Weise sprachlich eine Unterscheidung zwischen unseren Kindern, wir und anderen Kindern, Fremde, nicht dazugehörig, entsteht und in den Alltag eingeschrieben wird. Eingeschrieben wird. Die Differenzkonstruktion zwischen wir und die anderen, ich muss ja die Stimme verstellen. Wir und die anderen ist die sprachliche Basis für verschiedene Diskriminierungsformen wie Rassismus, Antisemitismus, Feindlichkeit gegenüber Sinti und Roma, Lesben, Schwulen, Trans, Sternchen etc. So. Also. Eine Mutter schlägt vor, Bilder der Kinder aufzuhängen, die gerade wirklich im Kindergarten sind. Also schätzungsweise ihren Kindern auch. Und daraus wird ein Rassismusvorwurf gezimmert. Für so einen Buchstabenmüll werden unsere Steuergelder verschwendet. Fuzzi, deine und meine. Sag mal, geht's noch? Also dagegen sind ja Verschwörungstheoretiker, die glauben, dass wir von Kichererbsen regiert werden, weise Philosophen. Olli, ich glaube, es hat jetzt wirklich jeder begriffen. Von unseren Steuergeldern wurde eine lachhafte Studie finanziert. Mei, kommt vor, aber was ist denn nun dein Punkt? Mein Punkt ist, dass ich hier eine Stiftung gegen Diskriminierung und Rassismus engagiert. Was großartig und wichtig ist. Aber sie sind dabei dermaßen fanatisch, vernagelt und verschwurbelt, dass sie selbst wieder für Ausgrenzung sorgen und Probleme schaffen, wo in den meisten Fällen überhaupt keine sind. Deswegen, liebe Kindergärtnerinnen und Kindergärtner. Schmeiß diese Studie bitte einfach weg oder nein, gebt sie den Kindern. Die können ihr eh noch nicht lesen, aber vielleicht hinten drauf was malen. Hakenkreuz oder so. Das ist nicht lustig, Brin. Okay, dann vielleicht Hakenkreuz Blumen. Nein. Darf ich noch eine Sache sagen über die Studie? Nein. Wichtig ist auch zu wissen, wer die Gründerin dieser Stiftung ist, die diese Studie verfasst hat. Das ist nämlich Annetta Kahane, eine Journalistin aus der ehemaligen DDR, die acht Jahre lang als Stasi-Spitzel gearbeitet und dabei Freunde und Studienkollegen belastet hat. Meine Güte, Brändel, die Frau war damals noch total jung. Hast du denn nie Fehler gemacht? Zum einen nein. Zum anderen ist jemand, der schon einmal eine Ideologie unterstützt hat, vielleicht nicht der Richtige, um regierungsfinanzierte Studien herauszugeben. Die Richtige? Die, der das Lirum Larum Löffelstiel. Sag mal, war es das für heute oder hast du noch was? Eine Sache muss ich noch ansprechen. Jemand hat im Internet das hier gepostet. Und diesem jemand möchte ich zurufen. So nicht, mein Freund. Ich möchte in einem Land leben, in dem Frauen noch die Freiheit haben, so hässlich sein zu dürfen, wie sie wollen. Indem eine Frau sagen kann, ich verzichte ab jetzt auf Geschlechtsverkehr und zwar nachhaltig und für immer. Das ist nur sozial und edelmütig. Schließlich bleiben dann mehr Männer für paarungsbereite Geschlechtsgenossinnen. So, das wollte ich nur gesagt haben. Vielleicht sollte ich in einer Studie vor kleinen Mädchen mit nordkoreanischen Frisuren wahren. Wer uns hier abonniert, dem verrate ich, wie man so viel Anmut und Intelligenz erreicht, wie ich sie besitze.